hallo ich bin deutschlehrer stefan lauter kuhigan der kerk abhahn der krüger mit nur kirk abhahn der krüger mit ihr auch kuhigan kirk abhahn der krüger mit 500 euro 500 Euro 200 Euro 200 Euro 100 Euro 100 Euro 50 Euro 50 Euro 20 Euro 10 Euro 5 Euro 2 Euro 1 Euro 50 Euro 20 Cent 10 Cent 5 Cent 2 Cent 1 Cent den preissagen den preissagen das macht das macht das kostet das kostet das macht zusammen das macht zusammen das kostet zusammen was kostet eine pizza mit salami und käse was kostet eine pizza mit salami und käse das kostet die pizza kostet 7 euro 50 wie viel kosten eine pizza hawaii und eine cola wie viel kosten eine pizza hawaii und eine cola das kostet zusammen 9 euro 85 das kostet zusammen 9 euro 85 eine pizza mit schinken und tomaten und eine mit thunfisch wie viel euro macht das das macht zusammen das macht zusammen 15 euro 60 ok in der kapp top bei lau megan für mark war dann gab kirk ab menu na karp er hat unter fügt mit 9 mark war dann karp na kopp kun magna karp dankeschön auf wiedersehen tschüss tschüss